So. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbärm, doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern, muss nur noch kurz die Welt rennen, damals flieg ich zu dir, noch 148 Mails, check, wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt rennen, und gleich danach bin ich wieder bei dir. Okay. Okay, dann erstmal vielen Dank. Hat nicht gereicht, gell? Verdammt! Ich weiß noch, als ich auf der Straße als Kind gesungen habe, da gab es viele so junge Kids, die irgendwie sich durch das Leben geklaut haben, sie haben viel zu früh Dinge erlebt, die schrecklich sind, und haben auch Dinge getan, die sie eigentlich nicht tun wollten, aber irgendwie in der Not waren. Deine Geschichte nehme ich dir ab, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ja, ich hoffe für dich, dass du einen geraden Weg für dich findest, aber... Da habe ich mich versammelt im Fernsehen. Ja, keine Ahnung, du musst... Ja, tut mir leid, normalerweise hätte ich geübt und wäre hier reingekommen. Ja, aber wenn man hier herkommt, dann muss man üben. Es gibt ja viele Beispiele, weißt du, keine Ahnung, Tupac oder auch viele deutsche Beispiele, die auch im Knast waren und voll viel Scheiße durchgemacht haben, aber die haben ihren Frust in den Texten verarbeitet. Ich habe echt gedacht, vielleicht kommt da was. Ja, hey, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich kein Text habe, aber du möchtest es lieber geheim halten. Vielleicht kannst du es für nächstes Jahr machen. Wenn du wirklich überlegst, wiederzukommen, dann probier doch mal, das alles in Texte reinzustellen. Nee, ich will hier mit Singen gewinnen. Ich will mit Singen gewinnen. Gesanglich hat das einfach nicht gereicht. Ja, ja, alles genau. Und das erste, was du lernen musst, ist eben zum Playback singen. Das ist erst mal der erste Weg. Also, ja, einfach lass die Musik laufen, über Boxen, zu Hause, meinetwegen aus der Stereoanlage und sing dazu. Das ist ja dann genauso wie hier. Also, Mike? Nein. Meite? Nein. Viermal nein, leider. Ja, still gelaufen. Danke dir. Danke, dass du hier... Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich habe es ehrlich gesagt geahnt. Verdammt, ich habe es einfach nicht geschafft, Alter. So eine Scheiße. Tut mir leid. Kein Problem. Alles Gute. Dankeschön. Verfickte Scheiße, Alter. Also, guten Dank. Ich habe es nicht geschafft. Ich finde das schon okay. Dass einer wenigstens dann kommt und uns ehrlich gleich am Anfang sagt, das ist meine Agenda gewesen. Ja, ich war im Knast und so. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, also, bei mir findet sowas echt nicht mehr statt. Ich will auch die Verantwortung nicht tragen müssen, dafür, dass so jemand dann vielleicht irgendwie was anstellt und das Format dafür dann die Verantwortung übernehmen wird. Mir ist das zu heiß. Deshalb, der war da, hat sich vorgestellt, ist alles okay, aber hat ja auch viermal Nein gekriegt. Das ist für mich okay. Tschüss Christian, tschüss Wanda, alles Gute.